ich bin wieder herzlich willkommen zurück hier auf meinem kanal und es gibt was neues denn ich habe umdekoriert ich habe da mein nagellack regal habe ich jemals stehen und davor sind so kleine miniaturen die halt mal irgendwo mit drin war nicht geschenkt bekommen mein lieblings platz steht hinten auch wieder und hier eine kerze da ein kleines bäumchen mit ein schwellerling drauf und ich glaube das kann man erstmal so lassen ja eine neue umfrage ist gestartet auf instagram ich hatte ja sonst immer meine top 3 die wählen konnte und diesmal gab es nur eine palette und ihr durftet jeweils eine farbe wählen und es haben so viele mitgemacht und das hat mich so gefreut also falls ihr mir da noch nicht folgt schmink hier unterstrich alles schon mal vorbei jede woche kommt jetzt eine neue umfrage und ja die erste palette war diese palette von essens die ciao venezia palette genau und ja ihr habt gewählt ich schreibe es mir natürlich dann immer auf instagram umfragen vierte erste ist ja heute essens ciao venezia palette ja also da haben wir ich habe die ja dann so durch nummeriert von 1 bis 9 und ja die nummer 1 wir fangen einfach mal an mit der nummer 1 die hat nur eine einzige stimme bekommen ist ein bisschen wenn ich aber trotzdem nehmen weil als setting farbe genau dann haben wir die 2 die hat gar keine stimme bekommen die 3 ist eine mit der gewinner die hat nämlich 11 stimmen bekommen das ist ein schönes dunkles schimmerndes lila dann haben wir die 4 die hat auch keine stimme bekommen und die nummer 5 ist auch einer der gewinner nämlich mit 11 stimmen genauso wie die 3 also die 2 schon mal dann haben wir die 6 mit einer stimme die 7 mit zwei stimmen die 8 mit vier stimmen und die 95 stimmen also 123 die drei farben werden jetzt aufs auge kommen da steht dann halt auch mal dabei ich muss ein schluck trinken ich weiß ich mag das ja gar nicht aber diese ganzen feiertags gedöhnt und ich hab du erst so würzig und salzig war ja also wir hätten jetzt erst mal und da haben wir nun mal settington drin den werden wir dann auch natürlich benutzen und dann schauen wir mal ja wie das weiter läuft hier ich soll jetzt erst mal mein buch zur seite legen und das ist echt 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 ich fand das echt interessant gut manch eine haben es glaube ich nicht so verstanden da stand bitte nur eine farbe auswählen eure lieblingsfarbe oder welche ihr sehen wollt wie auch immer aber dann haben dann auch welche drei farben ausgewählt wir hätten das jetzt ein bisschen nicht so viel unten drunter weil das halten etwas dunklere farbe ist die Die geht so Eierschalen-Gelb, würde ich sagen. Ja, aber ist noch vollkommen okay zum Setten. So, jetzt muss ich mal eben gucken, wo hier, dass ich hier nichts umstoße. Da fehlt mir nämlich auch noch. Ich bin nämlich ziemlich usselig hier unterwegs, muss ich echt sagen, in meinem YouTube-Zimmer. Ich schmeiße immer irgendwas um. Ich weiß auch nicht. Es ist nicht klein, das Zimmer. Aber es ist jetzt auch nicht das größte Zimmer, also ich kann nicht drin tanzen. Aber irgendwas bussel ich mit meinem Hintern oder irgendwie sowas immer um. So. Guck jetzt schon wieder. Der Experte war gerade da, hat mir Post gebracht. Nur nix nachträgliches Weihnachtsgeschenk, was es jetzt ankam. Machst du nix. So, äh, genau. Wir brauchen Pinsel. Wir brauchen Pinsel. So. Mal eben kurz sauber machen. Ne, das ist so ein... Der ist schon total ausgefrisselt, aber ich mag den irgendwie. Er funktioniert noch von Essence, der Eyeshadow Brat. Er funktioniert noch. So. Ja. Ähm. Hm, 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 hm. Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt erstmal dieses Blau, was heiß begehrt war, in die Lidfalte. Das ist so ein bisschen Duochrome-mäßig unterwegs. Und ja, wir haben jetzt natürlich nur drei Schimmerfarben. Gut. Man spielt noch mal. Ihr habt gewählt. Deswegen. Das ist natürlich für mich jedes Mal jetzt eine Herausforderung. Ähm. Damit zu schminken. Oder diese Farben dann zu nehmen. Aber da habe ich total Bock drauf, ne. Da freue ich mich schon drauf. Und glaubt mir. Jede Woche eine Palette. Und dann haben wir die Paletten noch nicht durch Ende des Jahres. Hundertprozentig nicht. Aber so kann ich auch sehen, kann die Palette bei mir bleiben oder darf sie bei mir bleiben. Oder muss sie ausziehen. So kann ich natürlich mich jetzt durch meine Paletten testen. Und, ähm, ne. Weil ich finde einfach, du brauchst nichts behalten, nur damit es hast. Das ist totaler, das ist totaler Humbug, ne. Ähm, gut. Bei High-End-Paletten fällt es einem dann schwierig wahrscheinlich auszumisten. Aber auch wenn die nicht funktionieren, müssen die dann auch gehen, ne. Es ist nun mal so. Ähm, außer Jeffree Star, da funktioniert alles bei mir. Ähm, nicht nur bei mir, sondern bei anderen auch. Und, äh, die liebe ich einfach. Aber ich habe auch eine Anastasia Beverly Hills, wo ich überhaupt nicht begeistert bin von. Oh, die ist auch ein bisschen drüge unterwegs, ne. Ja. Aber, ihr seht, dieser Blauton, ne, der knallt schon mal hier alles weg. Also, das ist schon mal super. Ähm. Ich mag sowieso sehr gerne Essence, weil es halt eine günstige Marke ist aus der Drogerie, die sich jeder Mann leisten kann und jede Frau. So, ähm, ja. Wir nehmen jetzt natürlich hier Lila. Und Lila werden wir nach außen geben. Ist jetzt natürlich Schimmer, ne. Und wir verdunkeln das jetzt hier. Und so kann man, ja, einen Look schminken. Und wie ihr wohl bemerken könnt, wird diese Palette hundertprozentig bei mir bleiben, ne. Diese Städtepaletten von Essence, die sind übrigens sehr, sehr schön. Die haben diese schönen großen Pfännchen. Die sind gut pigmentiert. Da lässt sich richtig gut mit arbeiten. Sogar mit den Schimmertönen, wie man das jetzt hier sehen kann. Und, äh, ja. Jetzt gehen wir einfach nochmal ein bisschen kräftiger hier rein. Gut, ich habe jetzt ein bisschen vorlaut, weil ich jetzt gerade nicht abgeklopft habe. Aber, ja. Und, ähm, wir, ich musste jetzt meinen Urlaubszettel auch gerade mal ausfüllen. Ich habe jetzt meinen Urlaub ausgefüllt, dann, wenn meine Schwester natürlich kommt. Ähm, und, ja, die Spardose füllt sich immer mehr und mehr. Äh, Gott sei Dank. Ich tue jetzt immer wirklich was weg, weil, wir haben voriges Jahr sehr gelitten. Sagen wir mal so, das ist jetzt noch nett ausgedrückt, sehr gelitten unter, äh, Finanzamt. Na, der ein oder andere hat es ja mitgekriegt. Aber ich habe echt keinen Bock, hier nur noch als Häufchen Elend zu sitzen und, äh, ähm, gar nichts mehr machen zu können. Weil, ähm, die meinen, uns das Geld wegnehmen zu müssen. Äh, deswegen haben wir ja auch die Steuerklassen jetzt geändert. Gut, dann haben wir jeden Monat vielleicht ein bisschen weniger. Ja, aber, ähm, ja, da ziehen wir einfach da durch. Und ich habe dann, ähm, geguckt, habe unseren Urlaub aufgeschrieben und so und habe dann halt geguckt, du, ey, wir haben im Juli Urlaub. Und einfach schon mal, ich habe einfach zwei Tage Urlaub gebucht jetzt, ne? Ja, das ist nicht viel, zwei Tage, aber für uns ist es eine Menge, rauszukommen von Donnerstags bis Samstags. Und, ähm, ja, in Österreich wieder in der Nähe von Bad, ähm, Bad Ischel? Nach Sissi, genau. In der Nähe von Bad Ischel. Und, äh, in der Dachsteinregion. Wunderschön mit Berge und so. Äh, voriges Jahr sind wir ein bisschen auf die Schnauze gefallen, muss ich sagen, mit, äh, Linz. Das war ja alles nur nicht schön. Ne. Also, das, das war nix. Das war nix. Ähm, würde ich jetzt auch nicht. Das einzige wirklich, was ich dann empfehlen würde, wäre nach Mauthausen, weil es einfach, ähm, ja, von der Geschichte her sehr interessant ist. Und, ähm, ja, sowas darf halt nicht in Vergessenheit geraten, ne? Aber da, da haben wir so, so schön, ne? Und, ähm, ich habe was Schönes gefunden. Es ist kein, es ist kein Hotel, aber, ähm, es ist, genau, ich würde sagen, jetzt so wie wir Urlaub machen in Ruppolding bei Tullner, es ist kein Bauernhof, aber dann halt so, so, so ein Bauernhaus, ne? Und, äh, vom privaten Anbieter und das kostet dann 228 Euro mit super Frühstück dabei. Ne? Ich weiß nicht, was im September noch ist, ähm, ich mache jetzt erstmal hier ab, aber ich habe gesagt, ähm, nee, ich habe, ich habe ja keinen Bock mehr drauf, dann, äh, nur, äh, zu Hause zu sitzen und, äh, denken dann, denke dann hinterher, ja, toll. Und, und jetzt, ne? Ähm, nee. Und ich glaube, das haben wir uns auch verdient und, ähm, ich spare ja da drauf, wirklich jeden Monat, Leute, wenn ihr auch Pfandflaschen habt, so wie ich das, wie wir das haben, packt euch immer 10 Euro in den Sack, Pfandflaschen. Und dann, gebt die ab, aber nicht mit Bezahlen, sondern packt die 10 Euro in eure Spardose. Ihr glaubt es jetzt nicht, durch die ganzen Rubbellose, durch, ähm, äh, durch das, wirklich durch das Sparen von dem, von den 10 Euros, plus, ähm, halt, ja, was jetzt ankam, ähm, Weihnachten, und so, das habe ich alles in Spardose getan und ich bin jetzt schon bei 320 Euro. Die Spardose war übrigens leer. Ich bin, ich bin jetzt hier, also, ne? Also, wenn ich nicht ehrlich bin, wer, wer dann hier, ne? Wir packen uns das Lila hier, übrigens auch noch unten hin. Ähm, die Spardose war leer. Die war leer Anfang November, weil ich halt immer hiervon viel Geld nehmen musste, da zum Einkaufen, zum Tanken, weil einfach nichts mehr da war. Es haben uns so tolle Menschen ausgeholfen hier, ähm, da kann ich immer noch Danke sagen. Ohne euch hätten wir das alles gar nicht stemmen können, beziehungsweise bezahlen können. Das hätte gar nicht funktioniert. Ihr seid, ihr seid einfach Herzensmenschen, ganz toll. Und, ähm, ne? Es gibt doch wirklich tolle Menschen auf der Welt, die einen helfen, obwohl man sich persönlich nicht kennt. Das ist schon, da habe ich manche Träne verdrückt, das könnt ihr glauben. Ja, und da habe ich mir jetzt einfach gedacht, nee. Weil wir werden jetzt im Januar, Februar, eh, noch aussetzen, der Gott sei Dank bald abgezahlt ist, Leute, anderthalb Jahre noch. Ähm, so, ich muss mal eben hier verblenden. Ja, den, äh, weil beide Autos zum TÜV müssen. Ne? Das muss ja auch geregelt werden. Ich brauche neue Bremsen, vorne und hinten neue Scheibenwischer, aber damit müssen wir eh gucken am Auto, was da jetzt Sache ist. Jo, und dann, ähm, man kann den Urlaub auch noch absagen, ne? Also, ich habe extra, buche meistens extra etwas, wo man, ähm, ja, noch absagen kann vorher, wenn was ist. So, ähm, genau, die letzte Farbe. Diese hier. Fünf Stämmern, eine mehr wie die hier. Und die Farbe tun wir uns jetzt auf dem Mittel. Ne? Brigitte. Ja, und das, weiß ich nicht. Das war vorerst ja so schön, als wir dann Bad Gastein waren, da haben wir ja unseren Gutschein eingelöst, den wir auch geschenkt bekommen haben, zu Weihnachten vom Chef. Das war so toll, ne? Ja, und, ähm, wir haben da so ein bisschen Blut geleckt, auch was so Österreich angeht. Und, ähm, es ist einfach ein wunderschönes Land. Die Berge sowieso, ich liebe die Berge. Und, äh, ja. Deswegen, wir waren schon mal in Bad Ischel, ich und meine Eltern damals. Ach, das ist schon ewig, drei Tage her, Leute. Da war ich noch Kind. Und, äh, wir kennen ja alle Sissi, den ersten Teil, ne? Und da, äh, war sie ja da in Bad Ischel. Wo sie ihren Friends, ähm, gesehen hat. Wieder gesehen hat, das erste Mal wieder. Und sich da verliebt hat. Und er seinen Geburtstag da gefeiert hat und so. Und, ja, da wollen wir dann halt auch da den Park gucken. Und, äh, man kann ja auch da rein. Und, ah, ja. Doch, schön. Ne? Und zur Not kann man immer noch absagen. Ähm, da ich ja auch keine Kreditkarte habe. Also, ja, buchen wir dann immer halt meistens entweder Sofortüberweisung. Aber diesmal kann man es in der Unterkunft bezahlen. Das finde ich auch immer ganz praktisch. So ist halt das, was ich in der, in die Spardose tue. Äh, meine Schwester kommt ja Ende. Mai, Anfang Juni. So, da gibt es ja auch nochmal Urlaubsgeld. Aber, wenn sie kommen, ist das natürlich total praktisch. Das, was übrig bleibt aus der Spardose. Ich nehme ja die ganze Spardose da mit, wenn ich mit meiner Schwester wegfahre. Äh, geht dann in den Urlaub für David und für mich. Also, ist ja quasi gar nicht so teuer. Ne? Wenn du vorher sparst. So, Leute. Der Look steht. Und ich finde den richtig gut. Ihr habt drei, 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 drei Farben ausgewählt. Da kannst du nicht mehr gern. Und, komm, die ist super pigmentiert. Also, deswegen wird diese schöne Essence Ciao Venezia Palette auch bei mir bleiben. Dankeschön. So, wir kommen zum Highlighter. Highlighter habe ich mal wieder hier die Cheek Palette rausgekramt von Catrice. Die hat ja hier so zwei Highlighter, einen Blush, einen Bronzer. Die mir aber auch irgendwie zu schimmernd sind. Der Blush würde sogar noch gehen als Blushtopper. Können wir ja mal ausprobieren so ein bisschen. Weil das ist schon, das ist schon echt schimmernd, ne? Obwohl, ja. Ich glaube, als nackigen Blush, so als einzigen würde ich den nicht nehmen. Der wäre mir dann wirklich zu schimmernd, ne? Aber so geht der. Aber der Bronzer ist noch hart, also wirklich hart an der Pflanze. Da kann ich euch aber sagen. So, ähm. Ja, ich werde jetzt dieses kleine Schätzlein hier immer benutzen. Für den Innercorner, weil es am besten ist. Weil man da am besten punktuell das hier so auftragen kann. Und sich hier schön die Farbe in den Innercorner setzen kann. Ne? Seht ihr das? Also dafür sind diese Smatcher-Dinger echt super. Dann nimmst du die andere Seite. Ich weiß jetzt gar nicht, woher der Pinsel ist. Ähm. Aber wenn ihr dieses Video seht, dann sind wir gerade am Wohnzimmer streichen. Ja, wir streichen unser Wohnzimmer. Anders haben wir nämlich nicht die Zeit. Und wir haben gesagt, schon mal das Wohnzimmer auf jeden Fall zwischen Weihnachten, Neujahr. Und, ähm. Ja, Flur könnte ich eigentlich roundabout fast alleine machen, weil die Decke brauchen wir nicht. Ähm. Weil wir da so Holzpanelen haben. Deswegen. Muss ich mal gucken. Aber, äh. Wohnzimmer ist jetzt auf jeden Fall wichtig. Und da der Experte dieses Mal mitmacht, wird es sehr professionell. Ich bin da eher so, ich klebe nicht ab. Ich mach dies nicht. Ich mach das nicht. Wenn da Flecken sind, dann mach ich es halt wieder weg. Ja, Frau Balz. Das ist super. Äh. So. Einen kleinen Highlighter-Pinsel. Und jetzt geben wir hier uns noch ein Müh auf. Ja. Und. Wir waren dann vorher beim Action. Haben alles dafür eingekauft. Farbe hatte ich natürlich schon. Weil, ähm. Alpina kann ich nur empfehlen. Alles andere Schrottleute lassen es sein. Habe ich selber gemacht. Äh. Da kannst du fünfmal streichen. Äh. Und alles andere mussten wir uns halt mal wieder neu kaufen. Und dann sind wir zum Action. Der Herr Expert das erste Mal im Action dann. Hoho. Ich bin gespannt, was er sagen wird. So. Ja. Das ist der Highlighter. Hm. Und dann kommen wir zur Mascara. Das ist diese hier. Die Maybelline New York Lash Sensational Full Fan Effect Moonlight Black Mascara. Die hatte ich in diesem Maybelline Adventskalender. die es ja für die jeweiligen Adventssonntage gab. Und den fand ich richtig gut. Die werde ich mir nächstes Jahr wahrscheinlich wiederholen. Die hatten sie nämlich runtergesetzt. Da war für 9,95. Die gebe ich mir jetzt auf. Und dann bin ich gleich wieder da ihr Lieben. Bis gleich. Mascara ist aufgetan. Tja. 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 Leicht fand ich jetzt irgendwie nicht aufzutragen. Aber ist vollkommen okay. So. Gummibürstchen sei Dank. Willkommen zum Lippie. Zum Lippie. Love. Ach guck mal. Der ist noch neu. Es gibt echt noch neue Lippies hier bei mir. Faszinierend. Echt. Guck mal. Ja. Das hätte ich mal vorher sehen sollen. Aber geht einfach auf. So. Love Cosmetics. Ein matten Liquid Lipstick ist das glaube ich. Ja. Ein matten Liquid Lipstick von Love. In der Farbe. In der Farbe Nummer 771 Authentic in Vardness. Ich weiß immer nicht, wer sich die Namen ausdenkt. So sieht er aus. Und dann schauen wir doch mal, was der jetzt mal so kann. Holla. Ja, riechen tun die immer ganz gut, ne? Boah. Das ist mal eine Farbe. Oh mein Gott. Alter. Holla. Du musst auch vorsichtig sein, ne? Ah. Oh. Wow. Das ist mal eine Farbe. Oh, du kannst die Tür nicht zu. Junge. Ich hätte einen Lip Lider nehmen sollen. Ui. Ui. Das ist eine Lippe. Das ist eine Lippe. Junge, Junge. Ui. So. Das lassen wir mal so. Noch mehr schmieren wir uns da jetzt nicht drauf, ne? Wie gesagt, der wird matt. Ja. Gefällt mir gar nicht mal so, so schlecht, weil Geschmäcker ändern sich halt, ne? Matt ist halt schon was Feines. Du musst nur immer gucken, dass das nicht so in die Rüllen läuft, ne? Es ist schon schön. Also da kann man echt nicht meckern. Und ja, das ist mein fertiger Look. Mit der Essence Chau Benecia Palette. Mit der ersten Umfrage dieses Jahres. Mit der neuen Umfrage. Und ich komme mal näher. Da könnt ihr den Look nämlich von nahen sehen, den ihr gewählt habt. So. Punkt Selbstschuld. Nein. Also richtig schöner Look geworden, ne? Also da. Wow. Was für eine Lippe. Da kannst du schon mal eine dicke Lippe riskieren. Ui. So. Ein bisschen weiter weg natürlich, damit ihr das auch so sehen könnt. Und ja, und ich würde sagen, das ist ein geiler Look geworden. Schöne Palette für, jetzt, ich will nicht immer sagen für den Alltag. Das finde ich immer doof für den Alltag. Das ist für immer. Äh, du könntest es da benutzen, hier benutzen, dort benutzen. Ist mir egal. Schöne Palette. Gut, es sind nur Schematöne, die jetzt aufs Auge kommen. Aber das ist doch egal. Ich bin gespannt auf nächste Woche. Denn da kommt die nächste Palette. Ihr dürft da wieder wählen auf Instagram. Schaltet da ein und schaltet hier auch wieder ein, wenn ihr wollt. Bis dann. Ciao. Ciao.